Hey, ich bin's, Daniel von der Pixel Dental. Deine Ultraschallspitzen halten schon wieder nicht auf dem Handstück? Kann es sein, dass du die falschen Spitzen bestellt hast? Wusstest du, dass durch die falsche Spitze dein Ultraschallhandstück Schaden nehmen kann oder im schlimmsten Fall defekt sein kann? Aber wie findest du denn jetzt die passende Spitze? Ich meine, es gibt so viele verschiedene. So gehst du vor? Guck auf deinem Ultraschallhandstück nach der Bezeichnung vom Hersteller oder am Gerät. Auf deinem Handstück kannst du die Bezeichnung nicht mehr lesen? Kein Problem, dafür haben wir Gewindetester. Die sehen so aus und sind nichts anderes als das Gegengewinde, was du auf deinem Handstück hast. Du nimmst also deine Spitze, die du in der Praxis hast und drehst sie in das Gewinde hinein. Und wenn die Spitze passt, kannst du direkt am Gewindetester ablesen, um was für ein Gewinde es sich handelt. Jetzt hast du bei uns im Pixel Dental Shop deine richtige Spitze für dein Gewinde bestellt. Jetzt mache bitte folgendes. Wenn die Spitze kommt, dreh sie nicht sofort mit dem Drehmomentschlüssel auf das Gewinde auf. Nimm die Spitze und dreh sie leicht von Hand auf dein Gewinde auf, dass sie nicht verkeilt. Für den letzten Rest nimmst du erst den Drehmomentschlüssel. So vermeindest du auch einen Gewindeschaden, wenn du die Spitze leicht verkeilst. Das kann dir natürlich bei jeder Spitze passieren. Es gibt so viele verschiedene Anwendungen für Ultraschallspitzen. Schaue, dass du dir deine richtige Anwendung raussuchst. Neben Scaling gibt es auch Perioanwendungen, Endo, Präparationsspitzen oder spezielle Spitzen für die Implantatreinigung. Es gibt natürlich auch verschiedene Spitzen der Ultraschallspitzen. Diese sind mit dem bloßen Auge nicht erkennbar. Als zweites solltest du natürlich auch auf die Biegung der Ultraschallspitzen achten, falls du Fokationen zum Beispiel bearbeiten möchtest. Für Implantatbehandlungen nimmst du Extraspitzen mit einem Polymer. Für Präparationen am besten eine mit Diamantierung. Natürlich wissen wir bei der Pixel Dental, dass das nicht so leicht ist. Aber du kannst uns jederzeit anrufen und wir beraten dich gerne beim passenden Gewinde oder bei der richtigen Auswahl der Spitze. Gehe jetzt in den Pixel Dental Shop.